Hier kommt jetzt die Kuhle, in der man sich dreht, oder? Ja, das sehe ich. Winkt mal schön. Ihr müsst die Lampen mal nach unten knicken oder ausmachen, dann filmt es euch auch. Nein, ich muss sie anlassen wegen den Spinnen. Ah, das sieht echt super aus bei dir so. Das geht dann hier schräg zu mir weiter. Du musst da hinten drehen, ne? Ja. Kommt noch nicht zu sehr zu mir, ne? Ne. Wenn du mit dem Kopf dann bei den Spinnen hier oben bist, dann bist du schon ziemlich gut. Okay, das bin ich. Dann geh ich ein Stück weiter. Ja, perfekt. Hier kommt die Kuhle, wo du dich dreht. Wo mein Becken jetzt nicht gedreht hat. Ja. Das ist ein bisschen wie im Kamin, finde ich. Ich hoffe, er, guck mal, ich finde, er ist schon ziemlich weit drüben, ne? Der muss hinten seinen Arsch mehr lenken, ne? Ja, dass es da nur passt. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau. Komm noch ein Stück. Ich sag er, das ist ja eine Sie. Ja. Das ist ja eine Sie. Mensch. Das klären wir dann mal draußen. Ja, das klären wir dann mal draußen. Ich komme jetzt so schlecht zu dir. Ich dachte, er meint dich, weil er hat gesagt. Entschuldigung. Kommst du gut hinterher? Ja, ja. Ja. Hier muss ich mich jetzt so rein, ne? Also, da, wo ich dir gezeigt habe. Kannst du leider nicht nochmal zeigen, dass ich nicht zurückgucken kann. Wirst du kommen, das geht, Paul? Das ist ja ein bisschen. Dann guckst du da mal. Also, ich wechsle nochmal, ich gehe zur Armee. Okay. Die Sachen musst du auch. Oh, nee. Alles klar? Warte. Immer einen kleinen Moment. Warte mal. Wir müssen ein bisschen an die Füße wieder ran. Korrekt. Willst du da, Paul? Wie heißt du? Ich bin Roland. Nee, du? Laura. Die Laura brauchen ein bisschen militärischen Drill hier. Laura hat den militärischen Drill, aber... Ja, du musst dich ein bisschen anschreien hinten. Warten. Warte, du Luder. So, weiter, los. Kann ich? Ja, von mir aus. Bei dir. Oh ja. So. Ja, gut mal. Wie du auch siehst. Wie eine Sau siehst du aus. Ja, gut klar. Ja, gut mal. und